Hallo zusammen, heute sind wir in der Pfalz in Bad Dürkheim beim Weingut Thomas Hänsel, einem Winzer, einem jungen Winzer, der eine breite Palette von Rebsorten vinifiziert, in dem Fall ein Spätburgunder, Qualitätsstufe Aufwind. Das Weingut liegt direkt neben so einem kleinen Sportflugplatz und Thomas Hänsel ist auch ein leidenschaftlicher Segelflieger, deswegen gibt es seinen Weinen die Qualitätsstufen Aufwind, Höhenflug und darüber kommt noch die Qualitätsstufe Icarus mit einem Rotwein. Aber Aufwind ist quasi die Basisqualität für ihn, ein Spätburgunder mit ganz typischen Aromen, schöne Beerigkeit, Rotbeerigkeit, ein bisschen was Würziges, feine Töne, so ein bisschen Sattelleder und Tabakaromen. Der Wein ist im Stahl ausgebaut, eignet sich hervorragend zu natürlich kräftigeren Speisen, was Gegrilltes könnte ich mir dazu vorstellen, ein schönes Steak könnte ich mir dazu vorstellen oder auch diverse Pasta-Gerichte. Viel Spaß dabei!